Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute ein neues Mediabook und zwar Die Bounty und los geht's an dem Intro. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing und zwar der Film Die Bounty oder wie auch bekannt ist Meuterei auf der Bounty. Ein Film von 1984 hier mit Mac Gibson, Anthony Hopkins, Danny DeLewis, Liam Neeson, also sehr, sehr coole Schauspieler. Ja, das Ding wurde jetzt hier neu aufgelegt von Cape Lake Pictures, erscheint in Kürze, ich glaube jetzt Freitag müsste er erscheinen, also nächsten Freitag, ja auf diesem Mediabook hier mit der Blu-ray und der DVD. Wir haben hier eine um 25 Minuten erweiterte Fassung, die auch neu synchronisiert wurde oder komplett synchronisiert wurde. Manchmal kennt man das ja, dass dann so alte Sachen, dass, also wenn nochmal so ein Directors Cut kommt, dass das dann im Originalsprache, also in Englischen ist und nicht über, also in Deutsch nicht synchronisiert wurde. Das ist hier nicht der Fall. Der Film geht jetzt darum, auf Blu-ray 141 Minuten. Ich bin schon auf die, ja auf das Bild gespannt. Wir haben hier zum Beispiel, also Ton ist leider in Deutsch nur in Stereo, 2.0 und im Englischen haben wir ein 5.1 DTS HD Master. Ja, genau. Ich werde ja demnächst so ein Quality Check Video machen, wo ich immer so meine Filme, ja, die ich in letzter Zeit geguckt habe oder auch gekauft habe, ja, so einen Qualitätscheck unterziehen. Wie ist das Bild auf Blu-ray, wie ist die 4K Version und so weiter. Das wird auch demnächst kommen, weil viele nachgefragt haben, Mensch, packst du das hier mal aus, wie ist denn eigentlich das Bild oder der Ton und ja, da ich jetzt einen guten Fernseher habe, um das auch gut beurteilen zu können, wird es da dann halt demnächst so eine Videos in, ja, unregelmäßigen Abständen geben. Im nächsten wird dann dieser Film auch schon mit bei sein. Ja, genau, so ist das geplant. Aber ich will nicht lange quatschen. Erstmal danke nochmal an Capelight Pictures, die mir das Media Book zur Verfügung gestellt haben, damit ich euch das zeigen kann. Und ja, packe ich es einfach mal aus. Ich habe jetzt hier auch wieder die Kamera geändert. Es war ja auf Wunsch, hatte ich ja das einmal ausprobiert mit der Kamera von oben. Bei Media Books ist das wegen dem Booklet natürlich besser. Das habe ich jetzt umgesetzt hier. Ihr könnt ja nochmal schreiben, wie ihr das so findet. Ja, hier haben wir erstmal wieder ein bisschen Werbung. Und ja, hier dann die J-Card. Wie gesagt, ich muss mir das auch erstmal nochmal ein bisschen selbst ausprobieren hier. Da habt ihr nochmal die technischen Daten alles, die DVD und die Blu-ray. Bonus-Material und so weiter. Hinten haben wir natürlich wieder ein bisschen Werbung drauf hier. Übrigens, den Film bekomme ich auch vorab. Den könnt ihr dann hier auch das Unboxing sehen zu diesem Film. So, dann haben wir hier die Front. Ja, Mel Gibson in die Hauptgrenze, die Bounty. Wir haben ja wieder so ein Media Book, was so diesen Alt-Look hat. Ja, wie altes Papier wirkt das hier. Finde ich immer bei diesen alten Filmen wirkt das sehr gut. Manche finden das ja nicht so schön. Aber in Hochglanz hätte hier nicht funktioniert. Ja, oder diese Lederoptik gibt es ja auch manchmal. Aber das passt ja immer einfach dazu. Ja, die Farben. Ja, ich finde es sieht super aus. Ausrückseite haben wir denn hier Mel Gibson und da die Bounty und unten ein paar Credits. Das passt eigentlich so mit dem Wasser. Also ich finde es ganz cool, die Rückseite. Kann man nicht meckern. Auch vom Druck her. Sehr scharfer Druck. Ja, ich gehe mal ein bisschen näher ran hier. Seht ihr auch diese Struktur? Das ist fast wie so eine alte Leinwand. Ja, seht ihr das? Finde ich sehr, sehr gut. Wenn man da guckt, hier wirklich sehr, sehr coole Qualität. Ja, hier unten. Ja, sieht sehr gut aus. Am Spine. Denn hier die Bounty, DVD und Blu-ray. Ja, dann öffnen wir das Ganze. Wie gesagt, ich muss mir das alles auch noch ein bisschen ausprobieren hier. Wenn das manchmal nicht richtig in der Mitte ist. Ja, entschuldigt mich. Ja, dann haben wir hier wieder so ein durchgängiges Fotomotiv hier. Über die Disc rüber, was ich auch immer sehr cool finde. Das haben sie letztens, glaube ich, auch schon gemacht. Und dann haben wir hier das Bild, die Bounty. Auch vom Druck her finde ich sehr gut. Von der Qualität her. In den alten Filmen ist das immer schwierig. Da gibt es manchmal, wo es immer so matschige Bilder oder so. Aber hier, gut ab, auch mit dieser alten Schrift hier, sieht das sehr, sehr gut aus. Hier auch das Papier hier so mit diesen gelblichen, auf diesen alt gemacht, finde ich sehr, sehr gut. Hier mit diesen alten Buchstaben. Ja, sehr, sehr gut. 24-seitiges Booklet. Mit hier ein Bildchen. Mit Gipsen, ja, das sind doch alle noch junge Schauspieler hier. Ja, hier sieht doch mal, wie das Bild, das ist aber krass, oder? Das ist aber so ein aktuelles Bild, oder? Also wirklich auch sehr, sehr gute Schauspieler bei diesem Film dabei. Die Rückseite, denn hier die DVD. Ja, ich mache hier mal wieder richtig. So. Ja, an sich, ich bin zufrieden wieder mal. Sehr, sehr gute Arbeit wieder hier. Ihr wisst, ich bin Fan von Capelade Pictures. Und ich wiederhole es auch wieder, ich kriege kein Geld dafür. Okay, sie schickt mir das Media Book. Aber wieder top. Und wie sagt der Preis immer, um die 20 Euro. Kann man nicht meckern. Ich bin schon wirklich gespannt. Habe den Film schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, was soll ich dazu sagen? Schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr den Film findet. Wie ihr das Media Book findet. Kauft ihr euch das Teil. Und ja, in diesem Sinne soll es auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.